Was hab ich gesagt? Komm, hab ich gesagt, ich will dir helfen. Zu Hause kann ich mir ja nun ganz natürlich nicht blicken lassen, so wie ich verändert bin. Mutter, schreit doch auf den ersten Blick. Vater, haut mir Kopf an die Wand und schmeißt mir Straße. Und Geld hab ich nur ebenfalls auch weiter, nur weiter kennst nicht. Fräulein, mein Mann ist Maurerpolier. Fräulein, Ihnen ist ja helfen und so desselbigen Leichen auch mir. Außerdem ist Paul, weil mein Mann ist ja helfen. Wo sterben sie an den Kind nicken will, weil das doch unser Insied, unser Adelbärchen gestorben ist. Ihr Kind hat das gut wie ein Egen, das Kind. Das Kind hat das gut. Ein bisschen säubern, Frau Jung. Oh, um Gottes Willen, Spitter, was haben Sie denn angewarnt? Ich habe nur eine Dame nach Hause begleitet, Herr Direktor, die ich hier in Hause auf der Treppe schon öfters gesehen hatte. Was Sie nicht sagen, Spitter, erzählen Sie mal. Die Dame erlebt einen Anfall. Der Knobby hat öffentlich auf dem Gendarmenmarkt, öffentlich auf der Bank geschnallt und ihr euch mit Riemen durchgefuchtelt. Staub, Motten, Motten, Staub. Das ist alles, was ich von meiner Kulturarbeit an der deutschen Außengrenze geerntet habe. Geh, hau, sagst du mir, was macht denn eine Frau? Eulen Walburga, ich bin's. Hau mal ab, hau mal ab, kleines, hau mal ab. Verschwinde mal, verschwinde mal. Reden Sie Deutsch. Sie blubbern, Herr Mann, gehen Sie ein richtig deutsches Wort aus der Fresse raus. Wenn wir sagen, was war es, Frau Jung. Ja, warte, mein Kind. Das sag noch mal. Dann kriegst du so lange den Schurm der Ohren, das dir vorkommt, das du eine Mutter von Drillinge bist. Kannst du mich irgendeinen Wink geben, wo der letzten Tage dein Schwarer ist? Aber, sag mir, es ist aber Bruno, oder aber? Ihr wisst doch. Nämlich auf Polizeistelle ist bekannt, das Bruno mit das polsche Mädchen, wo nämlich Anspruch auf das Kindchen machen wollte, gleich neulich hier vor der Haustür. Nun kam ein Herr und kam eine Dame und noch eine Frau kam auf immer hierin. Und da haben sie das Kinderkind hier aus dem Wagen raus und mit fortgenommen. Und ihr furchtet mir nicht. Mach mir tot, Paul, das ist mein Bruder. Herr Paul, ich hätte, dass dein Name auch eine Fresse von so einem elenden Schuhberg ist. Wenn du nicht gerade, dass du bei mir eine Schwester auf Schlafstelle wärst, dann hätte ich dir wohl mal was Luft gemacht, Rotz, Junge. Der hätte jetzt nützen Tage den Klob nicht gekriegt. Sag noch einmal, dass du ja dein Bruder bist. Ich gehe mal, Paul, ich werde mich schon wieder fortschaffen. Warte, bin ich hier wohl übrig, oder was? Wie lange sind wir verheiratet, Paul? Dann kamst du zu mich und dann hast du gesagt, ich sollte nicht immer so fleißig, ich sollte nicht immer so hin und her, ich treib auf, treib ab, ich sollte mal ein bisschen pomadig sind. Ich sage nur heute auch noch. Und dann, dann hast du mir links und das Ohr, ich küsst. Ja. Okay. Nein. Ja. Vielen Dank.